Kann da irgendjemand vorbeikommen und mir einen Tipp geben? Bitte? Danke? Nein? Ach, Dettelik. Was macht die denn da mit mir? Den hatten wir auch schon. Ich werde jetzt aber hier auch keinen anderen von meinen Lungs anklicken. Ich muss jetzt echt hier so lange weitermachen. Bis ich den Schlüssel... Ich hab den Schlüssel! 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 Lalalalalala! Juhu! Ja, ihr sagt's, Jungs! Das bringt uns die Biene auch wieder zurück. Nett von dir. Was haben wir denn da jetzt entdeckt? Die große Fliegebiene. Die Transportbiene sozusagen. Dann wollen wir wieder zurück hier. Mit der Tröte hier können wir aber noch nichts machen. Ihn hier können wir auch nicht anklicken. Doch, wir machen mal da lang. Loppe, 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 loppe. Guck mal hier unten. Guck mal hier unten. Guck mal hier unten klicken. Klick, klick, klick. Klick, klick. Nein? Schuhu. Schuhu. Ui. Zuhu. Wupsi. Wah, Schnecke. Ähm, sollten wir es nicht vielleicht hier weg? Nein? Hallo, Jungs? Bewegen? Nein? Okay, Schnecke tut es nix. Die mag uns nicht futtern. Die macht aber lustige Geräusche. Oh, jetzt futtert die den. Na gut, ein Unger, würde ich sagen. Passiert jetzt hier noch was? Ah, jetzt haben wir einen Weg nach hier oben. Hm, nicht schlecht. Oh, ein Schlüssel. Los, klick mal hin da. Geht nicht? Hab dich mal nicht so. Oh, komm, das ist ein bisschen Wind hier. Müssen wir wohl irgendwie... Bewegt er sich mit mir mit? Ja, gut, da. Will ich hier drauf fliegen? Nein. Irgendwo klicken. Klick, klick, klick. Klick, klick, klick. Klick, 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 klick. Ja, ist ja gut, ich weiß, es boostet. So, hüp. Schau, die beiden hier vielleicht zusammenbringen. Ihr kennt das ja. Den Samenkörnern und so. Nein? Ui. Ah. So, dann müssen wir den jetzt hier... Können wir hier schubsen mit unserer Maus? Wipp. Wipp. Los, da hoch. Nee, nicht da runter. Da hoch. 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 Ja, ja. Plöpp. Kommst du jetzt ran? Einmal noch zu weit. So, guck mal, da wird schon das nächste rote Dingsi. Plöpp. Upp, da ist er. Jetzt kannst du ihn mal mitnehmen hier. Ja, Nummer drei. Juhu. Und zurück. So, upp. Lü, 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 lü. Da ist das fiese Vieh. Ja, genau. Hoppala. Das fiese Vieh hat nämlich in seinem Baum gekehlt und unsere Aufgabe in diesem Spiel ist es ja auch, das letzte Samenkorn zu retten. Oh, was passiert da denn? Ups, wir haben ein Blatt. Das scheint eine Art Karte zu sein. Da sind wir dann wohl gerade. Na, gucken wir mal, ob uns das noch hilft hier. So, können wir hier irgendwas anklicken? Hm? 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 Ne, na, gehen wir mal hier lang. Oh, ein Loch. Da kommt was Kleines raus. Oh, das scheint eine Arme so zu sein. Bek, blub, weg. Was machst du da unten? Ah ja. Du futterst die Maden. Ah, guck mal, den kennen wir doch. Das ist doch der Nervige von vorhin. Was hast du jetzt davon, dass du uns genervt hast? Ah, jetzt hat er Probleme. Na, äh. Was will ich sehen? Okay, der Junge hat Hunger. Und wieder was Neues entdecken. Nämlich unseren Fresskumpel hier. Na? Was kommt denn jetzt? Ah, das ist vielleicht der. Na gut. Ich glaube, das war es dann hier auch an dieser Stelle von ihm. Weil er ist auch genug gegessen. So, gehen wir mal nach oben. Hüppel. Ah. Boing. Ups. Ah. Ups. Da lang. Jetzt sind wir bei der Tröte. Da wollten wir jetzt gar nicht hin. Wir wollen jetzt noch weiter hier runter. Genau. So. So, da oben waren wir auch schon. Und weiter. Ahaha. Nein, er wieder. Schnell weg. Diesmal unten lang. Runden lang waren wir ja schon mal, ne? Aber die unten lang noch nicht. Na, la, 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 la. Ups. Was ist das denn? Ich glaube, der macht Geräusche. Klik, 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 klik. Aha. Das könnte eine ganze Symphonie werden. Das könnte ich jetzt alle gleichzeitig zum Singen bringen hier. Das ist noch eher hier. Der bläst das doch gar nicht gleich weg. Ah, da müssen wir rein. Na, dann gucken wir mal. Das Innere eines Blasedinghys. Ups. Oh. Wen wollen wir denn da nehmen? Nehmen wir ihn mal. Hey, mein Schlüssel. Ich ruck den aus. Ja, ist ja gut. Ahaha. Gucken, ob irgendjemand von den Kumpels helfen kann hier. Das ist ja liebevoll. Ach, guck mal. Jetzt haben wir es geschafft. Gib hierher meinen Schlüssel. Yippie. Nummer vier. Und raus. Ist die hinten weiter? Ja. So. Geht es jetzt lang? Gehen wir es mal rum lang. Na, hier waren wir doch schon. Nein, nicht hochspringen. Och, Mensch, Leute. Den ganzen Weg nochmal laufen. Jetzt kommt gleich wieder das Ekelvieh. Also, jetzt noch nicht, aber gleich. Hopp. Diesmal entdeckt es uns aber zum Glück nicht. Hopp. Oh, bobo. Jetzt müssen wir seinen letzten Schlüssel noch finden. Und dann müssen wir den Rückweg finden. Das wird ja auch wieder spaßig. Lululululu. Jetzt mal hier runter. Das da sieht unfreundlich aus. Aber da können wir dran vorbeilaufen. Hoppala. Wer bist du denn? Du klapperst. Huh. Huh. Asso. Asso. Wollte ich anklicken? Nein. Ja. Und ein neues Viehchen. Gucken wir, von beiden haben wir jetzt entdeckt. In mir. Das Ein-Mann-Orchester. Das Ein-Käfer-Orchester. Oh, der andere kommt mit. Oha. Ja, genau. Da wollen wir ran. Wo holen wir uns den mal? Ey. Der lässt mich nicht. Jetzt haben wir ein neues Viehchen entdeckt. Das war bestimmt der kleine, auf den wir hier gerade draufgeklickt haben vorhin. Der hier. Aha. Und probieren wir es nochmal. Nur auf dich drauflegen? Nee, aber da drauf. Oh, oh. Ich ahne. Aha. Hm. Das Ding scheinbar irgendwo hier unten festhalten. Achso, jetzt habe ich meine... Das Ding habe ich jetzt mit meiner Maus. Wupp. Miau. Ah. Ja. Nett. Aber netter als das, was ich gedacht hätte. Ich habe schon gedacht, wir pieksen ihn jetzt hier. Tun wir aber nicht. Gut. Wo holen wir uns jetzt mal die Schlüssel. Och nö. Jetzt kommt der nächste an hier. Komm, ich spüle jetzt nicht auch weg. Nein. Und da ist er wieder. Muss ich nochmal fliegen? Und spring mal rauf. Boing. Ja. Wenn es Spaß macht. Oh, der kommt ja mit. Haben wir jetzt ein eigenes Haustier. Mal weiter. Kommt der immer noch mit? Nee, jetzt nicht mehr. Können wir hier runter? Hoi. Was passiert hier? Ups. Eine Eiche. Nein. Eine Eiche-Wicht. So. Da hat sein Kumpel aufgegessen. Sowas Fieses. Sowas Gemeines. Wollen wir mal zusehen, dass wir unseren Baum hier wiederbelebt kriegen, damit da den fiesen dann fast dem Zeigen, dem Pieps. Mal hier hoch. Dann kommen wir nämlich relativ schnell, glaube ich, jetzt zu unserem Schlüsselchen. Jetzt haben wir eine Karte. Zeig dir mal an, wo mein Schlüsselchen ist. Beziehungsweise wo die... Oh, nee. Nicht wirklich. Ging's da vorne lang? Bin mir nicht mehr sicher. Ja, das ging doch bei der Tröte hier lang, ne? Ja. Jetzt hier runter. Und jetzt haben wir fünf Schlüsselchen. Oh, diese Schot. Oder die Eiche. Ups. Oh, eine Wunderlampe. Rubbel, rubbel. Klipa, klipa? Wer stört mich in meinem Schlummer? Ah ja, super. Jetzt haben sie alle ihren eigenen Wunsch. Was nehmen wir denn? Ich weiß nicht, ob ich das war. Ich weiß nicht, ob ich das war. Höh? Äh. Ob das jetzt gut war? Äh. Äh. Oh, jetzt geht's zum Mond. Wollen wir irgendwas einklicken? Äh. Ich fühle mich jetzt hier ein bisschen verloren. Ah, da können wir klicken. Oh, ein Astronaut. Der erste Käfer auf dem Mond. Oh oh. Oh oh. Gut. Nett. Splitsch. Gut. Das war's dann wohl nicht. Wo wir jetzt Musik hören. Gucken wir, was er jetzt mit uns macht. Huch. Oh. Oh, ein Konzert. Das füllen wir uns mal in aller Ruhe an. Nehmen wir uns mal zurück und entspannen uns. Oh, Mensch. Huch. Ja, das war jetzt immerhin schon mal hübsch. So, was will er da? Ein Rad? Was? Das war jetzt immerhin schon mal hübsch. Das war jetzt mal hübsch. Das war jetzt mal her. Ich bin schon mal gespannt, was das wird. Ach, ein Rummel. Ein Riesenrad. Oh. Können wir bestimmt hier irgendwo klicken. Ah ja, hier. Kurbeln. Ich muss kurbeln mit meiner Maus. Jui. Falsche Richtung? Oder? Ah ja. Ein anderes Antrieb können wir ja nicht. Ja, er will ein Geschenk. Na klar. Was machen wir jetzt hier? Ich weiß nicht, ob ich da dann ziehen will. Na, probieren wir es mal. Oh, Schnee. Das ist ja ein spooky Weihnachtsmann. Jetzt nochmal drauf. Ja, schönen Schrank auch. Ja, Leute. Laufen. Anders lang. Anders lang. Anders lang. Oh, schön. Ich hoffe, das Spiel wurde zu Weihnachten entwickelt. Oder so.